Guck mal, warte ganz kurz. Ich bin in deinen Augen zum Beispiel Kaffel. Ist kein Problem. Aber guck mal, wie viel wissen ich... Ich hab das nicht gesagt, also... Aber Abu Hanifa und alle von euch sagen das. Aber ist nicht schlimm, Bruder. Guck mal, du bist Kaffel. Wenn ich zu dir sage... Guck mal, wie viel... Er weiß das. Ja, bitte. Bruder, für mich sowieso. Eure Gelärten, die sind bei uns genauso Kuffare. Ihr denkt nicht, dass sie bei uns Muslime sind. Aber ganz kurz.